Martin Rosemann, hier Archivbilder, ist erneut SPD-Spitzenkandidat für die kommenden Bundestagswahlen im Wahlkreis Tübingen. Der Bundestagsabgeordnete wurde am Samstag mit mehr als 97 Prozent der Stimmen auf einer Nominierungskonferenz in der Ofterdinger Burghofhalle gewählt. Er erhielt 116 von 119 abgegebenen Stimmen. Der promovierte Volkswirt sitzt bereits seit 2013 im Deutschen Bundestag. In seiner Bewerbungsrede stellte der 46-Jährige den sozialen Zusammenhalt in den Mittelpunkt. Maßstab der SPD müsse sein, Politik für jene zu machen, die nur ihren Kopf und ihre Hände hätten, um ihr Geld zu verdienen.